Ey, ich freu mich so auf das Ende, wirklich. Ich weiß nicht, was da passiert ist, aber ich weiß, dass das irgendwas Hannah-Krasses war. Aber jetzt, wir müssen in der Gegenwart bleiben. Wir müssen erstmal hier, hier das erstmal hinkriegen. Warte. Okay. Wir müssen, wir müssen sehen, wenn er was schießt. Okay. Die Musik ist auf jeden Fall auch ziemlich cool, irgendwie. Okay, weiter. Die Musik auch hier mal. Okay, weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Oh, jetzt haben wir nicht wieder diesen, dieses schöne Röhrengeräusch. Irgendwie, oh. Was ist das jetzt, bitte? Oh nein, bitte nicht. Hier ist irgendwie ein Loch in der Welt. Ach, mir leert, ach, mit der Tasse, okay. Mit der Tasse kann ich sogar schießen, hab ich gerade gecheckt. Das Level ist kaputt. Nein, das Level ist ein bisschen knifflig. Ja, das ist unmöglich. Ich versuche erst, ein Level aufzusteigen. Du kannst hier XP, XP farmen. Okay. Was ist das denn hier? Start. XP irgendwas, okay. Okay, also ich kann mit, ich kann mit Leertasse doch schießen. Okay, das ist sehr gut. Dann kann ich's vielleicht so ein bisschen trennen. Obwohl, es geht, ich, da, jetzt hab ich mich schon dran gewöhnt eigentlich. So. Aber, aber, oh fuck. Aber die Frage ist, wenn wir jetzt XP farmen, also wir haben jetzt ja keine, keine Levelanzeige irgendwo. Was ändert das dann? Wir müssen das bisschen time hier mit diesem, mit diesem, mit diesem, wenn er auf uns schießt. Fuck. Wir müssen irgendwie im richtigen Moment hochspringen, dass er uns in der Luft anvisiert. Nee, das war schlecht. Und dass er dann über uns rüber schießt. Glaube ich. Oh Gott. Alter, dasselbe ist schon mal ein bisschen länger, seh ich gerade. Gott. Okay, cool, wir haben es geschafft. Oiski poiski, alter. Also, ich bin gleich mal gespannt, wie sich das mit den, was jetzt XP, was damit passiert, wie sich das auf uns auswirkt. Das ist die ganze Zeit so schief, das macht mich irre. Ich glaube, hier hat mein Kopf die ganze Zeit so schräg. Weil ich die ganze Zeit so gucke, XP-Errungen schafft. Oh, Level 1. Gratuliere. Noch weitere, einmal, was als ob. Du solltest dafür bei diesem Tempo nicht so lange brauchen. Jo, ja, ja, komm. Hier hecken wir uns mal da fix ein. So, was haben wir jetzt? Auf, okay. Nochmal. Also, XP plus 20, also wir müssen größer als 99 kommen. Ähm, das heißt, wir müssen eine Schleife bauen. Ähm, plus 20 und dann auf 0. Das heißt, wir bräuchten hier im Prinzip sowas. So. So. Machen wir einfach 100. So. Dann machen wir ein Portal. Ach, Quatsch. Haha, wir müssen nur noch 20 machen, weil er ja nochmal 20 abzieht. Ah, gerade so noch die Kurve gekriegt. So. Boom. Haha. Spiel, kannst mich nicht verarschen. Hahaha. So, okay. Level 100. Freigeschalten. Warum kannst du nicht einfach mein Spiel spielen? So wie ich es vorgesehen habe. Mensch. Tja, das ist einfach zu aufwendig. Genieß die Flügel. Cheetah. Jetzt haben wir Flügel. Daran kann ich mich zum Beispiel überhaupt nicht mehr erinnern. Okay. Jetzt kann man... Ah. Sieht ja wie Yoshi. Okay. Jump und fliegen, 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 fliegen. Oh Gott, das ist aber knapp. Na gut, geht. Okay. Sehr gut. Weiter geht's. Guck mal, da gibt's wieder diese Tickets. Ich glaube, wenn man alle Tickets hat, dann kann man auch noch irgendwie was krasses gewinnen oder sowas. Stimmt. Da muss irgendwas... Irgendwas muss damit sein. Kommt hier noch was? Okay. Oh Gott, wenn das nachher alles kombiniert wird, ne? Obwohl ihm noch geht es. Warum, warum, warum? Oh Gott, Alter. So, hopp. Hopp. Und jump und... Oh, das war knapp gerade. Und jump. Um Gottes willen. Zack. Boom. Und zack. Okay, sehr gut, sehr gut. Es läuft, es läuft. Da ist der Ticketsee. Was? Höhle der Tränen. Okay, so gibt es jetzt mehrere Pfaden. Wir gucken mal, geht's hier oben auch noch weiter? Oder? Clip in des Gerichts. Wir machen erstmal hier weiter, weil... Wir machen erstmal hier weiter, weil... Ich hab mir einfach mal den genommen. So. Schieß und... Schieß... Okay, sehr gut. Was? Um Gottes willen. Das ist aber knapp, Alter. Oh Gott. Alter. Aber es geht. Ich komme langsam klar. Okay, hä? Aber... Warte mal, weh. Lass mich nochmal zurückgehen. Vielleicht machen wir nochmal diesen kleinen Seitenpfad hier. Okay. 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 Wahrscheinlich Höhle der Tränen, ne? Kann man es wieder einsammeln? Ja. Haben wir gerade ein Münster eingesammelt? Kriegen wir jetzt ein neues Ticket? Komm, oder kann man jetzt was machen? Warte. Wir gucken mal, ob man hier noch weiter kann. Oder jetzt hier hin kann. Warte, wir machen das nochmal. Nee. Die Münze ist wohl... Warum? Und die ist jetzt... Irgendwie... Ich glaube, irgendwas... Irgendwas hat es mit diesen Tickets noch auf sich. Ich weiß es aber nicht mehr. Wir machen mal weiter. Klippen des Gerichts... Ach, guck mal. Oh, nein. Also, warte. Was brauchen wir denn? War kleiner als Null. Okay, stopp mal, bitte. Wir müssen es kleiner als Null haben. Okay. Äh, Multiplika... Okay, Minus 1, Minus 1. Hä? Also, komm wieder raus. Okay. Zurückgesetzt auf Null. Wenn wir mal sowas machen, ne? Dann geht er rüber, ne? So, warte mal. Dann macht er... Minus 1. So, warte mal. Dann geht er runter. Warst du das schon? Okay, das wäre jetzt nicht so schwer. Was ist denn da? Blut... Was? Blutne... Fass? Was? Ne, was mit Pass? Blutnebelpass. Ah, Blutnebelpass. Ach du Scheiße. Okay. Jetzt haben wir schon einen schönen Totenköpfe im Hintergrund. Ich weiß nicht, ob es noch irgendwelche hier Spielelemente dazukommen. Also, wir haben jetzt Flügel, Laser und ganz normale Spring. Das kriege ich gerade noch so beherrscht. Ich weiß es nicht mehr. Wie gesagt, es ist schon sehr, sehr lange her. Na, ich bin so blöd. Es ist schon sehr, sehr lange her, dass ich das Let's Play geguckt habe. Aber deswegen habe ich mir gedacht, dass ich das einfach nochmal spielen kann hier. Wie gesagt, das Ende wird sehr krass. Das weiß ich noch. Wie es... Keine Ahnung, wie krass es war, weiß ich nicht mehr. Aber ich weiß, dass es sehr krass war. So, hopp. Was? Warum? Was ist gerade passiert? Ich habe es nicht gecheckt. Warte. Okay, da muss ich nochmal drauf achten. Ich habe gerade nicht gesehen, was passiert ist. Jetzt habe ich einen von diesen Geistern übersehen. Der noch in mich reingeflogen ist. Das war auch knapp. So. Boom, boom. Ich bin mir ein bisschen leiser, einfach mal um mich ein bisschen zu konzentrieren. Alter, jetzt habe ich gerade auf den zweiten Monitor geguckt gerade. Sollte man hier möglichst unterlassen. Aber Aufnahme läuft alles noch. So. Spring und boom, 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 boom. Okay, sehr gut. Okay. Und jetzt? Guck mal, wie der hier drauf zeigt, der Pfeil. Hast du gesehen, wie der sich drum herum gedreht hat eben? Und jetzt? Ach, da. Nochmal? Guck mal hier, wie der Pfeil so hatte. Ah, cool. Guck mal hier, wie der Pfeil so hatte. Ne? Und jetzt? Hätte man nicht gleich so gehen können jetzt? Da oben, ganz an der Ecke. Okay, weiter geht's. Wüste der Sünden. Diese Namen, Alter. Warum? So. Das ist nicht so, dass sich das Level-Design jetzt irgendwie heftig verändert dadurch. Sehr gut. Und jetzt schieße ich mich einfach über uns rüber. Ich hätte ja gerne mal so eine Anzeige davon, wie viel Leben der hat. Hä? Warum? Nein! Oh, scheiße. Oh, ich dachte, er hat uns getroffen. Deswegen war ich gerade auf Reset, aber es war noch gar nicht vorbei. Okay, okay, okay. Also mein Ziel ist ja, das Spiel am Stück durchzuspielen. Gucken, ob ich das schaffe. Aber eigentlich... Was ist das? Guck mal, da sind Energiebalken. Ach, das sind Energiebalken, wie lange wir noch fliegen können, wahrscheinlich. Okay, ja, ja. Ja, logisch. Ist mir eben erst aufgefallen, tatsächlich. So, wie gesagt, also wir machen den ganzen Quatsch hier wegen den drei Kerndateien. Wollte ich nochmal anmerken. Das ist, glaube ich, das Ziel hier. Das Spiel ist übrigens nicht alt. Das ist nur auf alt gemacht, ne? Falls es noch jemand gecheckt hat hier. Das muss so. Was? Warum? Mann, was ist passiert? Ich habe meinen Fehler eben nicht gesehen. Oh, das war wirklich gar nicht. So. Gut. Gut, 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 gut. So, jetzt nochmal gucken eben. Nicht gecheckt. Wahrscheinlich habe ich wieder irgendeine von diesen kleinen Viechern übersehen. Aber eigentlich nicht. Hier oder so eine. Wahrscheinlich. Lieber einmal mehr drehen. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Weil man sieht man den nicht so, weil da der Kaktus irgendwie genau in dem Weg ist. Okay. Wie ist denn diese... De... Okay, wir machen mal diesen kleinen... Sidekick hier. Die Musik, Alter. Macht... Upsala. Die macht einen zum Glück auch nur ein bisschen fertig, Alter. So, und hopp. Nein! Oh Mann! Der hat mich verdrückt. Gott. Da muss man echt gut timen. Ne. Man muss so lange vorher in der Luft bleiben, dass er in der Luft schießt. Jetzt. Ja. Schaffe ich das? Schaffe ich das? Schaffe ich das? Oh Gott, Alter. Was? Okay, er ist tot, ne? Okay. Kurz Verwirrung. Oh Scheiße. Warum ist jetzt hier ein extra Weg, Alter? Warte, wir gucken mal, wo es hier hingeht. Ist hier eine Sackgasse? Was? Nähernde... Nähernde Festung. Machen wir mal das hier. Gucken, ob es auch weitergeht. Aber warum machen wir das eigentlich? Also, ich würde ja eigentlich gerne nochmal aus dem Adventure-Modus raus, aber der war auch irgendwann vorbei, also der ist nicht unendlich. Fuck. Ähm. Die Frage ist halt nur, warum... Also, wir machen ja... Wir spielen ja gerade nicht das... Ich sag mal, wir spielen ja eigentlich gerade nicht das normale Pony Island, ne? Sozusagen. Gott, wir spielen ja gerade den Adventure-Modus, oder wie der hieß. Gott, das war knapp. Sehr gut. Okay. Geht's jetzt hier weiter auch, oder? Oh nein, warum? Ja, das ist jetzt die Frage. Wo soll man hin? Start. Start. Oh. Du hast dich auf der Suche nach... Was? Oh Gott. Mit zurück? Um diesen Ort zu verlassen, oder möchtest du eine Vision sehen? Ja, möchte ich. Sprich nicht in Rätseln. Warum sollte ich... Hä? Muss ich jetzt Visionen schreiben, oder was? Ein kurzer Blick. Okay. Was? Nun kannst du eine... Was? Frage stellen. Wer war ich? Wann bin ich gestorben? Wer hat mich getötet? Also, ich bin mich interessiert am meisten, wer war ich? Dein Name war Theodor. Du hast eine Mutter und eine Tochter hinterlassen. Okay. Okay. Das ist genug. Gib zurück ein. Nein. Ups. Ähm. Wer... Hat mich... Shit. Hallo. Getötet. Okay. Ich muss zurück eingeben. Okay. Okay. Level der Wahrheit. Das Level haben wir schon gespielt, ne? Wie glaube ich? Ja, haben wir. Okay. Also, das ist wohl hier der Hauptast. Wir kommen aber auch hier nicht raus, ne? Das heißt, wir müssen diesen... Ich nenne ihn ja einfach Adventure... Ich weiß nicht mehr. Adventure-Abenteuer, wie auch immer. Müssen wir spielen. Du machst das so toll. Du machst das so toll. Nun brauche ich mehr Zeit, um mehr Inhalt für dich zu erstellen. Wieso machst du nicht eine Pause, bestimmt, ne? Ja. Ich bestehe darauf. Nein. Ha, ist das geil. So, also. Ach Gott. Y-Position, X-Position. Müssen... X muss kleiner als 0 sein. Und Y muss größer als 0 sein. Also. X kleiner als 0. Das heißt, wir machen als erstes... ...so was. Achso. Achso, wir sind gerade jetzt da oben. Ne. Hä? Ne, warte mal. Ich wollte... Das war Quatsch, was ich gerade gemacht habe. Wie kann es... Wie komme ich denn überhaupt da rüber? Gibt's hier noch was anderes? Ne, ne? Set-Position. Ich muss ja hier rüberkommen, aber das geht doch gar nicht. Achso. Ah, ich bin blöd. So. Und dann müssen wir den hier rausnehmen, glaube ich. So. Dann müssen wir so machen. So, dann machen wir wieder so. Nein! Oder? Oder? Warte mal. Wir machen weiter. Wir müssen... Kleiner als 0 muss es sein. Ist ja wieder zu langsam. Egal, egal. Aber er setzt es ja nicht zurück, zum Glück. So. Okay, also das haben wir schon mal erledigt. Oh Gott, das war knapp. Ah nein, jetzt haben wir... Ja, scheiße, wir haben verkackt. Weil jetzt geht er hier rauf und dann Y auf minus 3 und dann geht... Ah, scheiße. Können wir es noch rückgängig machen, ne? Und jetzt müssen wir... Was müssen wir jetzt machen? Wir müssen Y größer als 0 kriegen. Das heißt, wir müssen noch hier unten irgendwie hin. Das heißt, wir müssen... Ach, scheiße. Was passiert, wenn ich jetzt sowas mache hier? Scheiße. Ja, wir haben es verkackt. Okay, ach, scheiße. Man muss so viel nachdenken. Also, wir müssen erst... Das, wir machen das nochmal wie eben. Nein, 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 nein. Warte, warte, warte. So rum. So, erst... Plus... Stopp! So, dann geht er wieder hoch. Dann geht er weiter. Wieder da oben hin. Dann tauschen wir das wieder zurück. Dann geht er wieder hoch. Dann geht er wieder runter. So, dann geht er wieder dahin. Dann geht er wieder hoch. Alter. So. Kleiner als 0, ne? Also nicht kleiner gleich. Dann machen wir nochmal lieber ein weniger. So. So. Dann müssen wir jetzt hier runter. Sorry. Dann muss er sich jetzt dahin teleportieren. So, warte mal. Und jetzt? Fängt er wieder von vorne an? Hoffe ich mal. Das heißt, wir müssen... Das habe ich jetzt noch nicht rausgefunden. Das heißt... Wir machen jetzt das hier. Warte mal. So, okay. Wir haben jetzt... Y ist... Ja, okay. Beides erledigt. Beides grün. Das heißt, wir haben es geschafft. Wir können einfach so machen. So. Puh. Okay. Das hat ja doch noch ganz gut geklappt. Nein. Okay. Sehr gut. Er hat vielleicht Fratzchen mit Trinkpause machen können. Egal. Ich mache weiter. Trinkpause kann ich auch immer noch machen. Okay. Das sieht jetzt gefährlich aus hier. Ich habe dir gesagt, du sollst eine Pause machen. Wahrscheinlich, dass du eine Pause machen sollst. Habe ich aber nicht. Ich brauche hier... Ach, mehr Zeit. Du bist nicht bereit für den Bosskampf. Bosskampf. Bis zum nächsten Mal.